Ich hab Hunde gehört, ich hab Hunde gehört, ich hab Hunde gehört. Gleich ist er tot. Das wär uncool. Wirst wir noch einen Berg rüber? Oh Gott. Ich glaub, ja, aber hier ist er. Oh, ich hör' ein Flugzeug. Oh, ich hör' ein Flugzeug. Ich hör' ein Flugzeug. Wobei, ich hör's noch. Oh, ich hab's auch noch nicht gesehen. Oh, da hinten, wo wir grad waren. Ah, das meiste nur Essen drin. Eigentlich ist keine Lust. Oh, okay, ich bin aus dem Schneegebiet raus. Juhu. Ich bin gleich beim Händler. Oh, und er ist tot. Eigentlich reicht's doch, wenn einer von uns mit dem Händler redet, oder nicht? Oh, ja, fressen. König, komm her, ich hab' deine Freunde hier. Wildschweine? Niii, ja. Eins. Ja, ich bin gerade in Nevisgain. National Forest. Alter, das klettert ja auch auf dem Berg runter, so wie ich. Hallo, Schweini. Na? Moin. Wo bist du denn hier runter? Alter. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 Tiffi. Ich hab' immer ein Schnuffeltuch gewichst. Ich glaub, die Sau will mit. Sie will dich hart. Bam. Wir sollten uns vielleicht mal überlegen, ob wir irgendwann mal Fahrräder bauen. Tja. Da warst du weg. Und Leder gibt's. Ist gut. Oh Gott, das ist so weit bis nach Hause. Leder. Oh, das ist ja echt noch mega weit. Oh, fuck. Und so viel Sachen, die ich nicht looten kann. Äh, ja, Wähler. Entschuldigung. So, dann lass mal was verkaufen auf dem Elemental hier. Kann ich da alles verkaufen. Schneeball will er nicht haben. Schade. Hä, wie seid ihr denn? Du bist doch noch nicht beim Händler. Ach, der ist da. Ach so. Ich dachte, der ist ganz woanders. Crackbook. Hm. Hä, hast du schon mein neues Crackbook gesehen? Ich hab meine Quest geteilt. Ja, ich kann grad nicht. Was ist denn überhaupt für eine Quest? Äh, abholen. Ich soll zur Blockhütte. Oh, die ist ja nicht weit. Bin grad vorbeigelaufen. Oh, da lauf ich dann nochmal schnell hin. Oh, krass. Sieben und eine Dreiviertelstunde mittlerweile. Ich glaub, ich glaub so langsam kann ich verstehen, warum Gronkh immer plötzlich dann zwölf Stunden gestreamt hat. Hier steht dran, face the beers, drink for free. Nein, nein, nein. Dani hält aber auch noch durch, oder? Oder ist die eingepennt? Ist egal, ob der Stream läuft nebenbei. Weiß nicht, ich muss Winzern, ist ja noch was. Dani lebt's noch? Du fängst schon da zu faulen. Würde mich nicht wundern. Dani? Boah, würde gut. Okay. Und, lebt sie noch? Leben ja, ich schlafen tut sie. Ah, sie schläft, okay. Alter, wie bist du denn da rübergekommen? Ja, ich hab mir irgendwie den nicht allzu steilsten Weg versucht und dann immer leer-taste-spam. Dann geht's. Ah, ich bin jetzt hier, wo wir vorhin leer-luten wollten noch. Seid ihr noch beim Händler? Nee. Ach. Was frag ich jetzt? Wie sind jetzt die andere Quests abholen? Na, dann macht man dann auch nicht nach Hause. Genau. Ja, läuft ja wieder nach Hause. Ja, was soll doch andere tun? Mal meinen Schlafsack wieder vernünftig hinlegen. Oh, ich muss hier warten, den kann ich nicht annehmen. Haha. Die kannst du nicht annehmen? Nee, steht die aktivieren, abwarten. Ich muss hier warten, bei dem Ausrufezeichen. Ich muss erst mal über die Brücke. Alles klar. Boah, geil. Headshot. Okay, daneben. Ist der Baum gerade verschwunden? Das ist ein bisschen verarschen, Spiel. Weißt du, erschieß ich auf Entfernung einen Zombie und krieg nur 990 EP. Komm rein. Ach so, unten, oder was? Nee, drinnen. Ach hier. Ja, leer. Wo seid ihr? Äh, ach sobald ihr erst auch Rede mit Händler? Muss ich auch mit, ich muss auch noch mit dem Händler reden, oder was? Jeder muss nochmal einzeln mit dem Händler reden, kann das? Nein. Ich hab die Quests alleine gemacht. Echt? Ich möchte bringen die Vorräte zurück. Drinnen bleiben. Bei mir steht zurück zum Händler, Rede mit Händler. Vorräte aus White River suchen. Ja, die waren da drinnen. Aber die... Kannst du mir die vielleicht nochmal kurz geben? Äh, ja, kann ich dir gleich geben. Ich schlafe schon mal vor zum Händler. Aber bei mir wird die Quest hier angezeigt. Ja, war sie ja auch. Geht auch raus und irgendwo. Ach so, kann sein, dass sie bei dir draußen ist. Aber dann unterm Boden. Ja, bei mir war sie da hinter dem... Ja, die Tasche habe ich gesehen, ja. Aber bevor ich jetzt gehe, würde ich lieber hier nochmal gucken. Weil der hat echt keine Lust hier zu gehen und dann wartet nicht. Das wäre echt doof. Aber hier ist nichts mehr, oder? Okay, so ein Shit. Jetzt wird's eklig. Bringst mich ab in mir. Körbe gehen. Gesundheit. Danke. Nee, hier ist nichts mehr. Ich hab' meinen Hase markiert, Leute. Ja, wo bist du denn? Ja, aber mein Entfernungszeiger ist immer noch viel drüben. Irgendwie vor der Tür ist es total... Ja, auf dem Dach. Was? Aber eigentlich guck mal, bevor ich jetzt... Ich guck mal nochmal... Wer schießt denn hier? Ich weiß jetzt hier oben. Winsel, warum schießt du? Irgendwas. Ja gut, ne. Also, ich muss immer noch über den Fluss. Naja, hier will ich die Schüsse, ne. Ja, dann hast du auch die Quests mit Bring die Vorräte zurück. Hast du die angenommen? Nein, hab ich nicht angenommen, weil ich jetzt erst nach Hause möchte. Ja, macht ja Sinn, ne. Ich muss jetzt erstmal ein paar Sachen loswenden, weil sonst kann ich nicht... ...die nächste Quest. Außerdem würde ich dann ganz gerne, wenn ich, ähm... ...die Sachen einsortiert habe... ...würde ich ganz gerne mal das mit dem Blutmond, äh, klären. Nachdem ich dann... Hast du die schon abgegeben, die Quest jetzt? Nö, ich warte. Ja, gib mal ab, Phil. Also, nicht, dass ich mir hier einen Wolf suche und die ist jetzt beendet. Ja, deswegen warte ich ja auf dich, damit ich dir den mal kurz hinlegen kann. Gib mal ab. Wird schon klappen. Und wenn, kriegst du ja die Belohnung trotzdem, also... Ja, siehst du, ist nämlich beendet. Herausforderung, viel geschlagen. Ja. Aufbrechen, abgeschlossen, aktivieren, abwarten, drinnenbleiben. Vorräte, ne, tja, hat's nicht geklappt. Boah, ihr richtet gerade hart nach vorzuholen, wie sie an sie neu, ich hab nicht gepupst. Bist du unheimlich? Ich war's. Warte, dann gibt's jetzt Discord mit Geruchstübertragung. Das ist, das ist Oculus Nose. Mhm. Auf Google Nose bin ich schon mal reingefallen. Vielleicht solltest du auch mal duschen gehen, kann ja auch sein. War ich doch. Bevor ich in Discord kann. Das ist ein... Ich meine, wenn er Pfürzel riecht, obwohl er nicht gepfurtzt hat, sollte das jetzt ein Zeichen für meine Leute mal duschen gehen. Absolut. Werde ich auch tun, wenn ich morgen früh wieder wach werde. Warum hab ich mir denn hier reingebrochen? Weil er runtergefallen muss, irgendwo. Eigentlich nicht, ich klettern berghoch. Ja, manchmal ist komisch, wie man sich hier... Manchmal ist komisch, wie man sich hier Sachen bricht. Die alten sind nur 44 Sekunden gebrochen, so ein bisschen, aber... Ja gut, aber gebrochen ist gebrochen halt, ne? Ich hab übrigens noch eine Schiene dabei, falls du die... Aber du bist zu weit weg. Ich hab auch eine beim Händler verkauft. Ich hab auch eine bei, aber... Ihr seid beide irgendwie... 200, 300 Meter frech. Hm. Ich springe trotzdem mit die Brochenbeine berghoch. Ähm. Ähm. Boah, geil. Der fällt. Der fällt. Mit Headshot. Der fällt. Der fällt. Fällt da? Hoppa hoppa reiit da, wenn er fällt, dann schreit da. Ja. Ah, ich lebe noch. Schade. Hat wehgetan, aber ich lebe noch. Ich hab's gesehen. Hatten wir hier eine Schreie drin oder so? Ja. Ja. Vorhin zwei Stück. Weil hier gerade noch eine Menge Zombies rumrennen. Ich hab's auch extra lieben lassen. Danke. Sehr zuvorkommen. Ist ein Action, ja? Na klar, bisschen Erfahrung. Oh. Unser Wald wuchert hier gerade ein bisschen. Scheiße. Ja. Ja. Ich hab eigentlich gedacht, dass der vorm Blutmund fertig ist, aber das hat mir nicht geklappt. Der Wald? Hm. Und wer von euch beiden Spaßbefreiten hat eigentlich schon wieder die Tür aufgelassen? Ähm. Nein. Ja, überleg mal, warum ich da so hinterher bin. Warum? Weil unsere Schmieden uns alles Zombies anlocken. Ja und? Dann machen wir die Türen aber kaputt. Nee, die machen die Tür nicht kaputt, wenn wir nicht im Haus sind. Doch. Nein. Naja, aber wenn die Tür offen steht und wir nicht im Haus sind, gehen wir ja auch nicht ins Haus rein, oder? Doch. Doch, dann gehen sie rein. Das ist totaler Quatsch. Du bist totaler Quatsch. Ja. Die gehen nicht rein, wenn keiner drüben ist. Und wenn du die Tür offen lässt, machen wir die Tür nicht kaputt. Dann kommen wir nämlich direkt durch die Tür. Ist doch gut. Ach, jetzt komm ich hier nicht mal diesen kleinen Hügel hoch? Das ist nicht nur ein Stück. Hätte man den Berg runterstürzen können. Nein. Wer ist ein Freiree? Wer ist ein Freiree? Wer ist ein Freiree? Ähm... Das kommt hier auch rein. 99 Spieler EP warum? Ja, weil ich töte. Ich töte. Ja, ist auch so... Wirklich so wenig Zombies. Ja, da macht die Töten echt mal Spaß. ich sehe unser haus vor lauter wollen nicht mehr die duh hallo das wird doch nachher schrecklich wenn du den mund haben es könnte zumindest wenn das nicht kriegt das jetzt nicht erst in sieben tagen ist außerdem kann man in zeit der echt noch ein bisschen schneller einstellen meine wir haben wirklich pro stunde einen tag das ist übelst lame ich glaube ich habe den trinken jetzt ich kann jetzt bei einem gebrochenen Bein kaum schwimmen ich habe keine Lust mehr Marcel wird uns mit seinen räumen umbringen ne 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 ich habe zwei drei drei bäume habe ich gemacht hier ist alles voll ne das war er das war Kevin das war ich definitiv kann sein ich habe ein nicht weit von drei Metern haben kann sein dass ich das war ich habe ein paar gepflanzt ja kann nicht nur sein ich hab's gesehen ich hab mir so gedacht oh guckes dann halt doch einfach das Maul und Tue's ja das dauert halt ewig bis der abseuft stirbt doch endlich ich tue doch schon mein bestes ort dann die geschossspitzen lege ich meinen wachenschrank aber ich habe ein holzbogen gefunden jetzt kann ich auch endlich mal pfeile benutzen das stirbt doch endlich mal du bist gestorben und jetzt muss ich nicht mal um meinen schlaf sagt man ist ja schon wieder der schon wieder weg herzlich verarschen oder hat was macht ihr denn immer mit meinem schlafsack ist aber gar nicht bei dem schlafsack wo ist denn mein schlafsack ich bin oben und du bist nicht oben und oben sind zwei schlafwege ja siehst du meine ich habe nämlich gerade mal kurz die treppe hoch und meiner war weg was man in der rüstung erschietete ach die habe ich gefunden gefunden gerade als ich zufälligerweise durch die ganzen gelaufen bin ich glaube ich sollte meinen schlafsack eventuell mal eine andere stelle legen habe ich das gefühl das gelaufen das kann ja nicht sein kann ich sein dass der jetzt ein zweites mal verschwindet verschwindet so zack streben und hin und denkt daran aktivieren wenn ich werde ja wie aktivieren wie soll ich den aktivieren das funktioniert hat so dass das machst du denn hier schon wieder warum kann ich jetzt noch ein paar ich habe sechs punkte so seid ihr alle bereit ich bin bereit ja ja dann gehe ich mal kurz gucken das server's down so spiel fortsetzen also todeszone gewichtsschutz das ja wann hast du halt nicht gestellt ich guck gerade auf aus zeit bis zum wieder erscheinen von beute fünf tage fallen lassen bei tot nichts blutmond zahl 4 4 feinde abwurf erscheinen gegen 4 feinde ja gib ihm mal schraub mal hoch da die feind anzahl 10 12 16 24 32 64 bist du sicher dass wir sicher dass wir sicher dass wir 64 feinde haben wollen pro welle pro welle für jeden für jeden von uns ja mach mal so 20 ja mach mal so 20 tage ich stell sie mal auf 8 8 oder 9 was soll ich machen und du weißt schon dass wenn du das jetzt einstellst dass wir dann nochmal ein paar neun tage warten müssen nach recht jetzt ja natürlich stelle es ist ja jetzt ein sieben tage was ein tag das kriegen und danach kannst du wieder umstellen seid ihr euch sicher ja ja weil das fängt ab jetzt an zu zählen und nochmal sieben tage werden nochmal sieben stunden na gut ich mache ich mache auf eure auf euer geheiß nur einen tag so dauert es tag zeigt an wie viele stunden die sonne jeden tag scheint also 18 18 18 stunden guck mal wie lange ein tag ist eine stunde reelle zeit gewesen und überleg mal wie bei uns wird viel schneller ja ich habe hier ich sehe auch gar ich habe den 24 stunden zyklus habe ich auf 90 minuten gehabt ja anderthalb stunden für einen tag ok aber das kannst du ein bisschen unterstellen du ja so normal ist 60 minuten ich hatte bei 30 minuten digga ja ok mache ich mal machen wir kommen wir mal 40 machen wir bleiben gerne aber wenn du jetzt auf 40 stellst dann dauert ein tag jetzt ab jetzt 40 minuten das spiel startet und du wolltest jetzt nicht mehr so lange machen oder was allgemein so zack blutmund habe ich keinen tag blutmundwarnung morgen zombie geschwindigkeit tagsüber gehen ich könnte die nachtgeschwindigkeit auf albtraum stellen aber mache ich nicht die laufen halt nur schneller dann die sind dann abnormal schnell erscheinen der gegner manchmal an und aus mal gucken wieder an so cheat modus aus ja ja klar ok starte mal wieder ich denke mal halbe stunde noch und dann einmal blutmund nehmen wir noch mit oder ja deswegen stellen auf 40 minuten und dann eine halbe stunde macht sinn du merkst deine rechnung geht nicht auf ne nein aber das ist gar nicht so weiter richtig das muss sie auch gar nicht nein aber wenn du nur eine halbe stunde stocken willst dann würde ich dir das doch vielleicht nicht auf 40 minuten stellen weil das ist dann länger als eine halbe stunde 40 minuten ach was no shit sherlock na gut oh tags nee bei mir geil die 7 ist jetzt schon rot naja dann adde mich mal ich hab geadet da ist er ach funktioniert nicht schade so und wieder wechseln zack und wieviel fein hast du deine stellen? 20? ne äh 24 naja mal gucken du weißt schon dass das genick brechen wird ne? 24? ach pro person pro person die kommt pro person ja ist doch in ordnung quatsch ja das sind 24 schusse doch ja wenn man trifft ja wenn man trifft ja wenn man trifft ja wenn man trifft und da ist äh bereits der kolossale fehler ne guck mal du 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 hast den Marcel dabei du hast mich dabei ja du brauchst nix töten gut bei dir bin ich mir sicher dass das funktioniert aber bei Marcel ich treffe hundertprozentig nichts ich bin ne freundschaftsanfrage achja siehste boah jetzt ist meine kerze verschwunden also warum sehe ich den Marcel nicht? weil er noch nicht angenommen hat achso sorry ach der so wie ihr seht hat sich jetzt der tag da oben geändert ne? ist jetzt rot yay warum warum ist da gelb bei mir markiert? was ist gelb markiert? Marcel erzähl äh das ist einfach die Farbe von ihm standardmäßig die wechselt jedes mal wenn du ein und aus lobst ihr wart vorhin bei mir äh ähm rot und äh blau das stimmt jetzt seid ihr grün und gelb yay oh meine kerzen sind despawned naja schade drum so na schön romantische Licht hierhin basteln ja ja haben wir noch Muni die du herstellst oder? oh oh ein 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 unwetter zieht auf und es bringt zombies mit sich woher das was macht ihr schon wieder quests oder was? ne ne aber seid ihr gedonnert achso ähm wie siehts aus wollen wir nochmal in die Stadt und looten oder? ja macht Sinn um 18.28 Uhr aber also wir könnten guck mal ich weiß nicht ob ihr das aufgedeckt habt hier das auf der hauptstraße hinter uns da ist doch dieses große gebäude äh da waren wir doch vorhin ja da ist nichts mehr oder was? äh glaub nicht wie kann ich einen Wegpunkt weg machen? äh ich glaub mit entferntaste aber was sag spieler gelöscht aber aber was immer funktioniert ist ähm dieser dieser alte 4 kombi äh du kannst mich auch mal der der trick ist so alt der erst mal älter als Marcel mhm hey was war und das? was war was? der Schuss das ist der Schuss den du nicht gehört hast macht ihr denn da schon wieder? der greift mich einfach an ach aha das kommt davon ja was ist das bitch wie der rocke schön oh oh ganz schön haarig da unten ja ist lange nicht mehr lange nicht mehr feucht durchgenommen worden ja hab ich jetzt eigentlich auch ein bad? ja man hast du? ja man ja mega ja da ja 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 da ja ja